Das ist ein Stern und du sagst zu den Sternen, dich dienen wir und deine Hilfe brauchen wir. Guck mal Bruder, du liest und dann kommst du und sagst du, das heißt ich werde euch raus mit Gewissheit, mit Lame Taakid. Wenn du ein bisschen höher machst, ich mach euch nicht raus, bleib da. Das Gegenteil. Guck mal wie gefährlich Bruder. Und deswegen müssen wir lernen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.